Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog aus Deutschland. Ich fahre heute nach Freiburg zum Skifahren eventuell. Beziehungsweise ja, wir haben in der Nähe von Freiburg eine Ferienwohnung und da verbringen wir einfach ein bisschen Zeit, weil wir haben langes Wochenende und deswegen lohnt sich das. Sachen sind gepackt und ich würde sagen, let's go! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch habt die Tonaufnahmen und generell die Aufnahmen von meiner Fahrt und von meinem Aufenthalt gefallen. Wir fahren tatsächlich jetzt doch früher nach Hause als geplant, weil das Wetter eigentlich einfach nicht so schön ist und wir wollten eigentlich nur Skifahren und so. Wir sind auch krank, deswegen fahren wir früher nach Hause. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr diesem Video einen Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Interessen passen wollt. Und dann würde ich mich freuen, wie ihr im nächsten Video dabei wart. Bis dahin. Tschau. Tschau! Tschau! Bis zum nächsten Mal.